Und es geht direkt weiter. So, gucken wir mal. Also da haben wir nichts gefunden gehabt. Hier auch nicht. Die Tür ist natürlich verschlossen. Im Schrank nicht. Die Mutter hat gesagt, sie hat für ihre Tochter den Schlüssel unerreichbar wahrscheinlich versteckt. Deshalb werden wir uns jetzt mal einen Schlüssel schnappen. Äh, einen Schlüssel, das wäre gut. Einen Stuhl schnappen und hier schnell mal gucken, ob vielleicht oben was auf dem Schrank ist. Scheint mir nicht so, außer Spinnenweben. Da war doch. Tatsache. Unerreichbar für das Kind. Basement K. Okay. Und wir haben natürlich die Warnung bekommen, dass wir nicht in das Basement gehen sollen. Aber, äh, what? Moment, sorry, ich habe mich gerade doppelt erschrocken. Erstens, weil es so dunkel ist und zweitens, weil ich mein Mikro gekickt habe. Na, ach, leck mich doch. Ihr seid doch alle krank. Ich habe das jetzt, Moment, ich muss mal ganz kurz Mikro ausrichten. So. Leck mich. Fett. Das ist so dunkel hier unten, dass man nur diese eine kleine... Oh Gott! Erschreckt mich doch nicht so. Moment mal. So, nur noch ausrichten. Wie lange haben wir noch? Okay, steht noch. Wieso müssen wir immer zu... Wieso müssen... Okay, diesmal ist wirklich ein Monster da. Und es sieht uns sogar. Hey, und jetzt sind wir richtig am Arsch. Weil es ist keine Halluzination. Komm her. Du Pussy. Oh! Mein Gott. Komm. Aua! Hey, ich habe die Orientierung verloren. Ich sehe gerade gar nichts. Hilfe! Oh Mann. Scheiße. Ich habe die Orientierung verloren. Ich habe irgendwo, muss ich irgendwo Zwischengang haben. Ich habe gar nichts mehr gesehen. Oh Mann. So ein Trotz. Gibt es noch nicht. Öh. Oh mein Gott. Zum Glück habe ich nur geschlafen. Öh. Die Tür fliegt nicht nochmal zu. Wir kriegen nicht nochmal einen Schock. Das Monster kommt nicht nochmal. Nö. Okay. Das ist, äh, das finde ich, das finde ich extrem geil, dass natürlich gerade in dem Moment, wo wir den Schlüssel aufnehmen, das Lampenmüll ausgeht. Last time I saw a little child and a woman. Also. Last time I saw a little child and a woman. They told me there was something leaking, 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 ooh. But there's nothing wrong with it. Then I went up again. But they locked the door. I was stuck in here. I was screaming, but they can't hear me. Did they leave? I've been stuck here for two days now. Everything hurts. Everything hurts. It feels almost like my body is uncontrollable. They locked me away for a reason. Ach ja, das war ja alle. Äh. Ja. Ich weiß immer noch nicht, wofür wir den, äh, das Glas brauchen. Das mussten wir wahrscheinlich schon inzwischen benutzen. Ich hab's nur nicht mitgekriegt. Der Little Safe K ist ja krank. Damit man nicht an den Safe kommt, hat die Mutter wirklich tatsächlich jemanden weggeschlossen, der den Schlüssel hier hortet? Oh Mann. Ich find's krank. Ich weiß ja nicht, was ihr dazu sagt. Ich find's krank. Was haben wir denn dahinter so wichtiges? Einen anderen Schlüssel. Na super. The Storage K. Schon wieder Lagerraumschlüssel. Aber der wird wohl nicht hier drin sein, weil hier drin war ja sonst nichts Besonderes. Mich wundert es immer noch, dass der Raum, der, also der andere Raum, dass der useless war. Hm, vielleicht... Der war bestimmt nicht useless. Nur ich denke, dass er useless war. Mysterious, würde ich sagen. Der ist auch offen, aber ich denke mal, da drin finden wir jetzt den Lagerraum. Ich hab ja schon die Bläschen zählen, die kurze Saison den Popkiller, Mann. Und die Musik ist immer noch sehr aufdringlich. Nee, oder? Seriously? Noch so ne Story hier, oder was? Ich schmeiß mal weg. Pass auf, jetzt krieg ich wieder Warnungen. Nicht die Tür öffnen! Da ist ein... What? Nicht die Tür öffnen! Da ist ein kranker Mann dahinter! Oh, fuck! Mal gucken, was er hier aufgeschrieben hat. Ach! I need to find another K! Ja, wahrscheinlich haben wir den jetzt schon. Oh! Wie unerwartet! Und wir gehen hier trotzdem durch. Können wir den... Oh, wir haben einen Stein aufgenommen. Vielleicht müssen wir jetzt weniger schlagen. Oder was ist das denn? Oh, Leute. Ihr könnt mir doch nicht so einen Kerl mit einer Frauenstimme von Latz knallen. Das geht einfach nicht. Boah! Nee! Ey! First, this place wants me dead. Yep. Second, I'm stuck here. So I need to find a... I need to find explosives to blow these rocks. Yep. You're just kidding me, right? Können wir denn hier nix anzünden? Ey, wir haben doch jetzt hier nicht ungefähr 30 Zünder-Buchsen umsonst gehortet. Kann man denn hier nirgends... Sieht mir dick nach dem Bossfight aus. Da gehen wir nicht rein. Hahaha! Die Custom Story wird nie zu Ende gespielt. Wir gehen nämlich da nicht rein. Muahaha! Ich sehe wieder nischt. Oh. Gucken wir mal. Die Musik ist komplett weg. Oh, Leute. Das ist so weitläufig. Oh. Zu der schönen Musik fühle ich mich immer hingezogen. Auch wenn es ein bisschen... Wieso hört ihr wieder auf? Ich dachte, ich komme da jetzt hin. Scheiße. Oh man. Es ist so weitläufig hier. Und ich wette, vielleicht kommt wieder ein Monster von hinten und... natscht mich. Das ist doch sehr verdächtig. Machen wir mal die Tür zu. Öh. Hä? Der Raum ist just useless, oder was willst du mir jetzt erzählen? Nein, doch nicht ganz useless. Hoah! Ich bin vorbereitet. Ich kann Karate. So. Was ist jetzt hier wieder passiert? Wieder so eine Techno-Tür. Ist jetzt hier mal Ende? What? Oh Gott. Ich hab dich hier nützt, Digga. Wir haben eine gute Chance, diesmal, den zu verbacken. Allerdings musst du dazu ein Stück mitkommen. Na, kommen wir auch nochmal zu? Jawohl. Komm doch ein Stück. Oh Gott. Oh Gott. Nein. Oh Gott. Oh Gott. Oh mein fucking Gott. Oh Gott. Ich bin gar nicht da. Wisst ihr das? Oder seht ihr mich etwa? Hau ab. Ich habe Licht. Hau ab. Oh man, ich drehe schon wieder durch. Höh. Na klar. Und das einzige, was ich mit habe, ist Laudano, was mir jetzt in dem Zustand total hilft. Ich muss das Monster verbacken. Komm schon, nimm die Kiste. Oh nein, nicht, nein. Oh Gott. Das Monster ist nicht da. Das Monster ist nicht da. Es ist nicht real. Es tut nur so. Komm, verbangen wir es. Wir verbangen es. Wir verbangen es. Wir verbangen es. Wir verbangen es. Komm schon, komm schon, komm schon. Ja, komm. Komm. Du stirbst schon noch. Keine Angst. Du stirbst schon noch, mein Bruder. Oh, es sieht uns nicht mehr. Ja, FTV, FTV. Wir haben gewonnen. Aber wir haben es leider nicht verbuggt. Oh nein, es kommt wieder. Ich bin nicht da. Moment mal ganz kurz. Okay, wieder da. Es ist jetzt, ja, ich glaube, diesmal ist es jetzt komplett weg. Ich höre es nicht mehr. Na gut, dann mache ich mal kurz einen Schnitt, ne? Ciao.